Auf der Strecke in Spa-Trancorchamps fährt ein Formel 1 Rennwagen mit der konstanten Geschwindigkeit von 320 km pro Stunde. Klein a drücke diese Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde aus und Klein b berechne die in zwei Minuten vom Wagen zurückgelegte Distanz. Wir nehmen die Erde als Bezugskörper. Die Angaben sind diese. Die Geschwindigkeit v beträgt 320 km pro Stunde. Die Zeit t beträgt zwei Minuten. Zwei Minuten, das sind 120 Sekunden. Was in Klein a gefragt wird, ist diese Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Diese Geschwindigkeit beträgt 320 km pro Stunde, das heißt 320 km pro Stunde. 320 km, das sind 320.000 Meter und eine Stunde enthält 3600 Sekunden. Jetzt brauchen wir nur noch diesen Bruch zu kürzen und so erhalten wir diesen Dezimalwert. Die Geschwindigkeit beträgt ungefähr 88,89 Meter pro Sekunde. In Klein b wird eine Distanz gefragt, die wir in Meter ausdrücken. Und um die herauszufinden, nutzen wir diese Formel, Geschwindigkeit gleich Distanz geteilt durch Zeit, da v d auf t ist, muss d v mal t sein. Als Geschwindigkeit v können wir diesen Dezimalwert nehmen, aber präziser ist es, wenn man diesen gekürzten Bruch nimmt, dieser Bruch gekürzt, beträgt 800 geteilt durch 9 und die Zeit t beträgt 120 Sekunden. So finden wir als zurückgelegte Distanz ungefähr 10.666,67 Meter. Das ist also die gefragte Distanz.